für das R. Der Finger, du musst immer, ja. Gegen Lissin natürlich, ganz klar, wenn der mal von der Seite reingeflogen kommt. Da geht es um Millisekunden. Aber Lissin muss auch gleichzeitig aufpassen, dass er eben nicht in den Weigerstun reinkommt, weil da, das kann euch auch passieren. Das passiert ganz schnell, ja. Weigern natürlich mit dem Käfig, du kannst deinen Team vielleicht auch wirklich mit dem sehr entscheiden. Die Gegner sehr beschneiden damit auch, in ihrem Movement. Und dann vielleicht mal ein paar Fluchtwege abschneiden, gerade für den Lissin. Kann sehr gefährlich werden. Also, wie gesagt, ich denke, TDD möchte in der Mitte und auf der Botland durch Lissin Gangs ahead kommen, nach vorne kommen und top lane. Ich denke, gerade wenn wir uns ein bisschen alleine lassen, eventuell Gnar wird die Läden grundsätzlich gewinnen. Vielleicht kann KXG dagegen ankommen. Ich bin gespannt. Also, wir werden jetzt noch eine kurze Werbung gehen. Wir sind gleich wieder zurück. Also, bis gleich. Bis dann. Ich bin ein bisschen�마まだ. Bis dann. K. K. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist ein Best of Threes, man ist 1-0 hinten, da zittern vielleicht auch manchmal die Hände, aber man bekommt nicht jeden CS. Auf der anderen Seite, das Momentum ist natürlich bei Tick, Tick und Duck dabei und da ist der Gank. Oh, das Meryl, das Q trifft ja und das müsste das First Blood sein für Sunny. Perfekt ausgespielt, wunderbar gemacht. Ja, das ist eben das, was wir uns erwartet haben. Ja, das war der angekündigte Spotland-Gank, aber auch perfekt ausgespielt von dem Team. Wunderschön gestunnt auch nochmal den Kogma und der Shan hat natürlich auch gepasst, wenn jeder Drop Connected. Und da laufen, ja, eineinhalb Waves, zwei Waves in den Tower, die der Adi-Career nicht bekommt. Barrel, er hat gewusst, er kann ihn mit Teal auch nicht wegkommen. Also er hat geflasht, aber er wusste, Heal reicht damit aus, das hätte er nicht gerettet. Und Braum hat nicht mehr die Kneipp verwendet. Oh, perfekter Back für Sunny, hat auch gleich das PS-Sort, also jetzt wird es schwer für Barrel und Trinity. Und würde die Senzer, äh, Siekel. Ja, das ist kalt, also das dürfte der generell der Zeitung sehr gerne haben. Hat sich aber im letzten Game nicht wirklich ausbezahlt. Man sendet natürlich auch für den generischen, allgemein als generische Team eine Botschaft. Finde ich, wenn man sowas gehört. Ja, schon ein bisschen. Du sagst nur mal, okay, das Early Game, die Laning Phase ist mal jetzt, die muss ich nicht gewinnen, auf der Art. Und sie schauen, dass es lebt, gehen. Da hast du recht, natürlich. Denn, du vergibst ja wirklich 450 Gold mal her, die sparst du quasi auf einem Bausparer ein. Und dann kriegst du es irgendwann mal besser zurück, oder? Das finde ich, da League of Legends Bausparer. Perfekter Vergleich, das muss ich wieder zum Stimmen. Und wer profitiert, Riot. Na, Riot nicht eigentlich, aber da wird Trax gegangt. Oh, der hat schon die Ultimate. Kein geflasht. Slender mit dem Flash zurück. Es dürfte hier vielleicht sogar reichen. Macht er den Schaden? Uiuiui. Er will, er will, er will. Oh, und Ultimate. Wow, damit hat Trax nicht... Er hätte sogar die Stopwatch gehabt. Er hätte die Stopwatch gehabt. Er hat damit absolut nicht gerechnet. Harter Missplay muss man sagen, weil da muss er nicht sterben. Er hat so schön gespielt, den Gang eigentlich umgewandelt. Flash und 3-2. Barrel, slow hinterher, aber wieder. Also, Korkma ist jetzt unglaublich schwach. Er hat das Relic Shield ausgebaut, Kalm mitgenommen. Ja, er kann sich nicht wirklich setzen, wenn er hier farmen kann. Äh, ich schätze, wenn er hier farmen kann. Ja, also gegen BF Sword bist du hier. Weil in Freiheit wirst du nix reißen. Also ohne Gang. Im 2-2. Du bist, wenn du jetzt hier nicht unter dem Tod stehst, und du bekommst ein Q von Raum-Up, bist du dead. Ja. Du Starnachamp drauf, du bist einfach gekillt. Und Shunner kann dagegen nichts tun. Raum blockt halt den gesamten Shunner, den du rausschweißt an. Also hier der Kill in der Mitte wieder. Ja, Trags für mich heute seine Performance ein bisschen enttäuschend, sag ich mal. Also da habe ich ihn schon stärker gesehen. Ah, man kontrolliert auch gleich mal den Shunner von Slender. Der kann hier nichts machen. Beiger ohne Blue Wolf, das tut natürlich weh, die Fähigkeiten kosten. Ganz schön viel Mana. Blue Wolf geht an den Tisch, Slender jumpt rein. Ich glaube, er muss auch passen. Wird das ein Insek? Da ist der Insek sogar über die Wand. Ein Auto-Hützt, dann direkt drauf. Rocket Jump. Slender. Oh, der ist nochmal weiter auf Barrel. Der hat kein Flash-Up. Mehr Heal ist raus. Amik Knight tippt hier die Bäsige-Texte, das E von der Tustada. Oh, die Bäsige-Texturen abgebrochen. Und das hier geht drauf. Einmal. Einmal der Soul-Hützt, er tankt hier weg. Und jetzt Zanni raus. So, PHK. Oh, oh, oh. Oh, Edition. Oh, ja, er steht. Den nimmt er sich. Ah, den hat man hier ein bisschen zurückgelassen. Haben wir gesagt, Edition, mein Freund, tut mir leid, aber du, wir müssen nicht verkaufen. Es geht nicht anders. Folge uns oder stirbe. Ein bisschen chaotisch, also nicht clean gespielt, aber man hat nochmal sofort natürlich den Vorteil ausgenutzt, dadurch, dass Barrel kein Flash mehr abhatte und auch Slender. Ja, beide Flash ist von down. Aber Asir hier auch wirklich den kühlen Kopf behalten, das Stopwatch gehalten, nicht verwendet beim Tower Dive, wie es viele machen würden. Er hat gewusst, er kann rauslaufen jederzeit oder so. Genau, ja. Ja, gleich mal wieder eine schöne Antwort hier von TBD. Toplane, er läuft hier deutlich besser für Torax, muss man sagen. Also, wenn wir jetzt offiziell schauen, da hat KXMG aktuell keinen Spaß mit der Länge. So wie im letzten Game, Torax wieder natürlich mit dem Counter dabei. Bisher Torax, wirklich solide Laning Phase, definitiv. Late Game hatte er bisher mit Jace nicht den besten Kick. Und jetzt kann man mit Gnar zeigen, was eben auch ein Teamfight drauf hat. Genau, ja. Asir mit einer Farm zwar vorne, aber Weiger mit zwei Kills, eindeutig mit Goldverhält. Beide noch die Stopwatch und auf dem Ring vier Stacks. Zusätzliches Abflug, das man auch nicht unterschätzen darf. Ja, auf dem Darkseal. Aber sonst, der Atems, das wird ein bisschen Maske, glaube ich, muss ich das werden. Also, wird hier ein bisschen tankier werden. Kann man machen. Kann man als Weiger machen. Interessanter Stress hier, XP vorne ist. Statt 2 zu 0. Oh, Trinity, der ist Level 6, muss ich sofort den Monsoon pullen. Also, mein Gott. Ja, also halt eigentlich schlecht, weil man hat Ultimate für Ultimate getradet. Auch ein guter Sidestep von Kogma, von Braly. Barrel, so heißt er nicht, Barrel. Barrel. Den Namen muss ich noch ein bisschen einprägen. Ich weiß gar nicht, ob ich es heute schon erwähnt habe, aber Barrel und Trinity sind Geschwister. Also, das sind Brüder. Und die werden sich natürlich auf der Botline sehr gut kennen. Da versucht man jetzt natürlich den Haussägen zu verteidigen, weil wenn man hier heute mal verliert. Also, ich kenne es aus eigener Erfahrung, als Geschwisterpaar kann man sich schon mal sehr schnell flamen. Ja. Das passiert. Das geht echt schnell. Ich hoffe natürlich, dass das bei Ihnen nicht der Fall ist. Nein, dafür sind sie professionell. Jetzt wieder ein kleiner und perfekter Gang. Jetzt kommt ein Gang auf der Topplatte. Torx hat ein Flasher. Aber auch schön gemacht von den Tischen. Sie haben geschaut. Der Knockout nochmal. Ultimate von Kaxing. Aber der hat... Oh, er muss umdrehen. Er muss umdrehen. Er hat kein Flasher mehr. Die Kuh. Er hat das Stopwatch. Ich glaube, er hat kein Mana mehr gehabt. Das Essen ist sich nicht ausgegangen. Ich wollte schon sagen, Kill geht an Kaxing, aber kein Mana. Jetzt der Gang auf der Botlands Slender. Aber das war zu viel. Also da konnte man nichts voll. Und das ist der Nachteil an Kogma und Chana. Du hast jetzt viel zu wenig Follower eigentlich. Da hätte ich mich jetzt persönlich für einen Drake entschieden. Ich weiß, der Jungle ist top. Der ist low. Der kann auch nicht vorbeikommen. Da hätte ich... Drake wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich meine, einen Mountain Drake, den hat man schon gerne. Also das ist schön. Oh, schön hier wieder von Jess. Immer wieder die Kogs. Oh, Slender. Das hat er... Der hat die Range vom Jump, glaube ich, unterschätzt. Ich habe gedacht... Also er hätte gedacht, dass Trax ein bisschen... Oder weniger weit kommt. Ja, wenn er das richtig macht mit der Kuh. Hinziehen und dann erst wegkuchen. Jetzt ist es dann mehr. Kann nochmal gedotscht werden. Ach, der Asis geht richtig schön. In diesem Jades-Spieler, den er da hat. Nein, die Skins generell. Also ja. Die Spieler zeigen, was sie haben. Ja. Aber ich muss sagen, da hat sich auch Ride richtig stark gesteigert mit den Skins. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, an Kleeblatt Malfit Malfit. Ja. Also Malfit erhalten Skins von ihm. Also ich habe Malfit extrem gerne gespielt. Aber die Skins waren halt wirklich grauenhaft. Ja. Und jetzt mit dem Optimus Prime Skin. Ich nenne ihn halt immer so. Also mit einem Transformer, den es sogar im Chroma-Package gibt. Und ach, Alter. Ich habe diesen, ich glaube Obsidian. Der ist auch schön. Der ist wirklich cool. Ja. Und jetzt wird natürlich von TTD Drake angefangen. Ja, super cool. Vega war in der Base. Sie hatten gerade durchgepusht auf der Botland. Wann will ich so dann, also Soundtrack machen, wenn nicht jetzt. Keine Frage. Wann nicht dann. Ja. In der Toplane. Oh, Toplane. Aber Kaxi geht nochmal. Wichtig. Das ist der Botch, da wird wieder der Fels nochmal aufgesammelt. Rückt ihn aber schon raus. Naja, also Thorax immer noch dominierend auf der Toplane. Und eben auch 20 Farmen knapp erhält. Also, Axel, ich denke, es läuft okay für TTD. Das ist halt die Frage für mich. Oh, aber... Oh, ja, der hat ein Spiel. Gegen Barrel, der Schaden ist zu gewaltig Edition mit dem zweiten Kill. Und somit... Heel raus, flashed raus. Ja, keine Antwort auch von AF. Jungle auf der Botland. Kann woanders eben nichts machen. Ja. Slender ist momentan nur im Nachlaufen. Das ist eben das Problem. Weil bei sowas musst du halt wirklich aktiv selbst, am besten parallel sofort was machen. Vielleicht Toplane ganken, vielleicht Mitte ganken, vielleicht sogar Herald machen. Es muss halt was dabei rauskommen. Ich finde aber auch, dass Slender... Ich will jetzt nicht irgendwie in Flame verfallen. Auf keinen Fall, ja. Aber Slender hat mir auf Raxe besser gefallen als auf Szechuani momentan. Ich denke, das Problem aktuell ist, dass sie eben jetzt eine Losing Botlane haben. Also eine dortige Losing Botlane. Und er müsste sich ein bisschen mehr Richtung Toplane und Mute orientieren. Zwischen einfach Top und Mute. Jungle Farmen und Edition noch wieder am Counter-Jungle. Eigentlich wollen sie diesen Chugat-King. Genau so ist es. Konnten sie bisher noch nicht. Die sehen wir, die ich realisieren und jetzt wird sogar Torx gankt. Ich glaube, jetzt weiß er Bescheid. Edition, der hat noch keinen Kick-Up. Redbuff, das Low-Q jetzt nochmal hinterher. Schaden, Knock-Up jetzt aber von Kaxi-G und das müsste der Kill werden für ihn. 1-0 für Kaxi-G. Direkt auf Kaxi-G. Ultimate nach Cubas. Killings Preview-Chez. Er hat toll gespielt hier. 3-0 Weiger. Der ist weiterhin am Scale und hat auch sehr viel CS. Wenn du es mal siehst, ich würde gerne wissen, wie viele Stacks Weiger mittlerweile hat. Ja. Weil er sich ja doch für die passive Variante entschieden hat. Sieht nach ein bisschen was über 100 aus. Ja. Teilweise wird die Zahl halt leider nicht ganz angezeigt. 110 oder sowas. Nicht schlecht. Aber schonmal, ja, so 100 AP mehr, why not? Nehme ich gerne, jederzeit. Ja. Und 3 Killings auf ihm. Und auf Darkseal 6 Stacks. Die darf man wirklich nicht vergessen. Also Chess hier wieder sehr gute Performance. Er hat die Roams, er hat die Killings in der Mitte geholt vorher. Und er hat auch noch die Mittel an der Kontrolle. Also bisher auch fast keinen Schaden an seinem Turret zu sehen. Ja. Für mich ist eigentlich nur die Frage, für TDD, ist Lissin eine Art Zeitbombe? Ja. Weil Sejuani im Teamfight ist einfach ein Spielwert vor. Das war genau mein Gedanke gerade, wirklich. Ich habe mir gerade die Comp angeschaut und habe mir gedacht, okay, wenn der AF jetzt wirklich noch die Füße still hält, jetzt vielleicht nicht mehr als 2K zurückjobbt, sie haben immer noch die Sejuani im Teamfight im Gegensatz zu einem Lissin. Ertrags. Uiuiuiui. Da wird wieder bemängelt im Nachhinein. Da haben wir schon mal. Da haben wir schon mal Pannas. Ich meine, 16 Minuten gespielt, 140 Cs. Das ist okay auf jeden Fall. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich genau auf Topland die Benefee gespielt hätte gegen Chugert. Ich denke, ein guter Vorteil für TDD ist auch nochmal, gleicht sich aber der Lissin gegen Kogma. Weil ein Kogma, er macht halt gegen Tanks oder gegen Lissin. Oh, 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 oh. Thorax flasht hier nochmal raus. Oh, basic attack. Oh, 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 oh. Wow. Also, wow. Da hat sich KalksenG verschätzt. Da waren sich aber beide, glaube ich, nicht mehr sicher am Schluss. Das war nur so, okay, du oder ich, du oder ich. Dafür bekommen wir auf der Botland den ersten Tour des Games, 16 Minuten. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und der Gold Lead demnach wieder weiter steigend für TDD. Und die Tristana hat sich bewiesen, warum dann doch keine Kalister. Thorax holt sich da das one on one. Also Kogma, der braucht noch ein bisschen. Der hat nicht mal ein Item fertig. Der hat kein Damage-Item fertig. Sicheln noch drei Stacks drauf, das ist ja das richtig bittere vom Backgame. Ninja Tavis. Ah, Edition. Millisekunde. Spielt mit dem Feuer. Wir sehen, Narchez, mit Level 12, ganz stark unterwegs. Der hat da seine Spaß Edition. Der will ich wissen. Jetzt mag ja auch, wenn beide Jaina XP mäßig sind, doch ein bisschen behind. Also beide Level 9 genauso wie die Botland. Ja. Die HK sogar Level 8. Sehr viele gegankte Edition. Sage One hat versucht jedes Mal zum Counter ganken, kam jedes Mal zu spät. Klar, dafür bleibt das Spiel. Aber wenn man sich hier auf Raptors und Golems, konzentriert, kann man es ja sehr, sehr schnell wieder aufholen. Ich bin richtig für Experience her. Ich bin da auch ein bisschen verwundert, warum Edition hier nicht der XP erhält. Er hat mehr CS, er hat mehr Kills, wesentlich mehr Key-Beteiligung. Und sehr, 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 sehr. Und sehr, 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 sehr lebt. So, Top Lane. Ich habe den Lenzov hinterher, ist auch relativ Standard mittlerweile, wenn du den Botryk bekommst, dann bist du da. Wortland, es ist perfekt. Schäte. Auch ein Schöne Kopf der Mondskap. nicht getroffen als frau mutte mit nicht und point dafür sommer der mit engage gegen edition der kann rausflächen ultimate von sani das sei halt cario der macht schon schauen ja da zwei items fertig wirklich sehr frech unterwegs also kann die infinität für die jetzt auf die erste seite fertig und finde ich okay also ich werde sagen ich denke ich bin wäre besser aus dem nichts eigentlich ja genau abgeholt jetzt hat man wieder sehr viel fresher auf der kreise schilder kochmann das natürlich naja also wenn ich schielt hat man schon die quest fertig dafür kommt sie wirklich groß schilder und gleichzeitig nachdem man halt hatte die dd aber ist auch festzustellen ich denke aber kaxin geht er hat vielleicht kein flash ab muss hier aufpassen bitte nicht unterschätzen und nicht ignorieren wir auf keinen fall weg auch weil also weiger bild ist wirklich interessant er hat die hau oder roten fällt ein bisschen maß verstehe ich ja noch wirklich aber vor die protobelt hat man ganz am anfang wie rausgekommen ist auch weiger auch sehr gerne gespielt weil du einfach dieses tickchen weiter kommst um den cage zu setzen also ich habe mir selbst schon oft gedacht gegen weiger dass ich halt die der range von vom cage unterschätzt habe okay und dann wirst du ja schon denkst du okay ja mein fehler muss müssen plus protobelt das ist dann noch schwieriger egal momentan ich habe jetzt gerade die ap-einzeige gesehen auch nicht einmal 300 ap 20 minuten sollte für einen weiger finde ich es liegt am item aber du siehst er kann die der hintere wave mit der kuh nicht last hätten und das kannst du normalerweise ab der 15 minuten normal dafür hält das ihr stand drei kills ich denke auch dass für afs aktuell extrem wichtig ist dass sie halt die mitte nicht verlieren dass der turret hält denn wir sehen ja tdd ist ja im popland schon beide turrets mit geholt also der goldglied ist noch nicht allzu groß also wie gesagt der lecine für mich noch ein kleines fragezeichen wie er im läge funktionieren wird er kann natürlich hat es nicht mehr geholfen hat gezeigt ja wunderbar so schätzt hier goldmäßig ist ein vordergegen übertrags sunny 1300 gold vorne und für torx nur 600 gold unterschied schon wird jetzt auch ein kill bekommen natürlich das ist natürlich da kommt der lecine schleicht sich an steht hinten schon bereit jetzt wird aber auch kxg all in von thorax der natürlich als minik nahe hier kein problem hat das ist dem kürz auszuweichen jetzt aber das schon da zwischen kürze sogar sind schon alles aber gleich eine ultimate hier gegen edition der schaden noch nicht vorhanden guter deutsch man dürfte wieder rauskommen diesmal war rechtzeitig das länder diese rotation hat der wittert hier sofort die chance der stück kann natürlich kxg finischen das war schon gemacht von kxg er hat gewusst er ist dead holt sich aber noch den einkillt somit dafür vertrags auf der top lane ein bisschen eigentlich out of position weil er aktuell kann er nichts machen und so verlieren den potrate trage es jetzt am pushen aber die rotation kommt von phk und sunny kogma immer noch ein item ist jetzt fertig tristana ist schon am dritten dran hat dafür die bunds noch nicht fertig gebaut teleport von ches da wäre da schon 86 auf seinem taxi jenna hat sich für dieses support item entschieden ok ja an sensor gibt er den live die letzt nicht mehr der mensch mit text biet ja das gilt halt wesentlich langsam aber ich denke so ab minuto 25 ist an sensor noch sehr gut fallen wird ja basic attack edicaries so was wie kogma natürlich natürlich bestes beispiel aber ich hätte jetzt nicht das ist das gefühl ja 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 der item ist genau ein bisschen seltsam jetzt noch ein global crystal mit dabei ich hätte schon an also nicht an sensor redemption vielleicht noch geholt zum beispiel das oder vielleicht auch ein solarie eventuell aber gut an sensor fertig hilft natürlich genau das sieht nach einem rage plate aus als zweites item für barrel zwei kagot unterschied hält sich noch in maßen aber damit tower immer weniger leben also man merkt wirklich dass ttd gerade am ruder sitzt was die map angeht sie am asie top edicary in dem oh so okay auf der bocklein kaxen was macht dieser junge in diesem game wahnsinn cs mäßig eigentlich ordentlich behind aber er solo kill jetzt hier mal thorax und das ist natürlich huge für ttd und jogger das ist das einzige was hier wächst auch noch mal hinterher die soldiers reicht aus ob das w noch mal natürlich gegenseitig aber schöner flash von tracks konnte ein w deutschen das zweite das hat er nicht mehr gesehen sunny wartet hier in der mitte schon geduldig darauf im tor endlich zu finischen die bombe drauf explodiert aber es reicht noch nicht ganz er braucht wenn es gegen eins braucht den noch keine oder ja brauchte keine angst zu haben vor slender allein ist jetzt hier nicht allzu stark die schnauze top seit dem weg top lane mittlerweile 3000 gold vorsprung für die dd das wirklich noch mehr 1 2 3 tor ist vorbei 4k gold also ich finde es wirklich genial dass es hier keine zu eindeutigen games oder bergern start für die dd und der müsste auch gedauern gemacht gar keine vision hier man ist viel zu weit entfernt jetzt weiß man bescheid aber schon gott das fressen ja man ist später der ist er ist ja aber aber wie aber auch von phq direkt die ultimate hingesetzt sich johnny braucht nicht mehr näher kommen ganz gerne so gut da wollte man nichts zu gehen super bären kolle man hat eben sehr gute kontrolle über die vision gehabt weißt du welcher der ältere bruder ist triniti oder bern ich glaube es ist bern die menschen ganz sicher ich glaube beide so 20 bis 22 jahre alt also sagen wir mittelmäßig alt für die der flash ist ja es ist okay also schon seitdem halt expec und vorweg sind von fanatic ist es nicht nur so ja okay aber es ist trotzdem noch werden für biffen ist auch nicht mehr glaube ich naja für biffen auch schon lange weg jetzt ist natürlich der absolute starmspieler ja der hat sich da wirklich einen platz erobert anfangs jellus da weggenommen einfach nicht mehr hergegeben ja explodiert können sagen mittlerweile 6000 gold und man merkt auch schön man will es gar nicht die großen teamfights forsen man will die maps spielen man will auf jeder lane pressure haben man will im berg auf ausnutzen man will die tools haben man lässt sich auch wirklich nichts anfangen es ist es 26 der schaden auch schon von sunny der tut weh hat schon drei items fertig interessant ist sogar mehr kris hat also das habe ich fünfmal merker ist bei tdd musst du machen gegen weiger musst du machen ja macht sinn natürlich gegen weiger gegen sich auch gegen na natürlich die haben sehr viel sisi jetzt ist das dann auch noch gegen edition da kommt das ultimate raus aber keiner getaunt jetzt kann man noch mal diesen gage torx kommt nicht hin zahle spielt das wunderschöne und bern hier den mid-tower zu holen also wieder jogga top lane genauso wie trax aus der bot lane aber tdd möchte resetten das ist auch ganz wichtig dass du halt koordiniert zurück gehst das sollte wieder gleichzeitig das team auf der map sozusagen druck aufbauen kannst das ist natürlich das allerschlimmste wenn dann plötzlich jemand doch noch entscheidend camp zu machen weil eben diese 100 gold fehlen und dann musst du erst recht da müssen viele leute auf einen warten genau das ärgert aber das haben sie natürlich gut drauf mit dem eingespielten team was jetzt auch hier schon sind das passt schon kommt mit der reihe das zweite item fertig war das ist ein hurricane ich denke aktuell müsste der team die plan sein weiterhin ich glaube sie müssen jetzt nicht einmal direkt die nips holen ich glaube sie können sogar auf den nächsten bern warten und dann dort ein team red forsen die frage ob sie nicht zu lange warten dürfen das ist für mich das große fragezeichen eben wegen die sind gegen weiger gegen die zeitbombe der braucht jetzt auf jeden fall noch mal vier minuten ja und weiger man hat vorgesehen ist nicht mal durch das schild plus solari bei tristana durchgekommen trotz 5-1 wir brauchen sehr gute blogs hier wieder auf drei links ist wieder eingepuscht aber es ist halt nicht leicht jetzt die die defensive zu knacken von aus bevor er macht aber noch kein schaden er macht noch nicht so viel schaden wie ich erwartet ich glaube man wieder zurücklassen da kommt diese raus schön jetzt hier gleich in der mitte ist sehr viel druck unter schaden auf die führung kommt da nicht raus muss flashen das ist schon wir haben jetzt hier immer wieder die rotation da passiert nicht viel oder vielleicht doch nein ja mitte tauer auch fast da und da reichen auch nur noch ganz wenige hits man versucht die base wirklich mit allem zu verteidigen was man hat aber im endeffekt läuft man nur von dort auf mitte auf top um irgendwas zu bekommen alte idee riskiert doch momentan gar nicht also man hat noch kein innen bekommen aber dadurch dass jetzt die botten offen ist das ist halt wirklich huge für td man wir sehen auch jetzt links oben eingeblendet nächster drache eine minute 40 45 sekunden nächster baron jetzt eine minute 40 jetzt wieder die recalls von td ja jetzt kann man sich entscheiden entweder wir warten noch einen baron ab oder wir versuchen und direkt ein bisschen ignorieren wirklich halt eben versuchen diesen top oder bot in zu holen dass wenn euch wirklich besten fall natürlich der bot nimmt weil leute ja wesentlich mehr pressure auf dem baron hast ja ja der nächste team gold vorteil ganz klar bei tdd aber man muss als australien force einfach diesen team weiter eingehen denn den baron möchte man nicht hergeben ja das ist gewesen sein damit wir sagen hier auf der anderen seite vier members da und von af ja trotzdem sehr lange noch ausgehalten viel entgegengestellt aber tdd als reingegangen sind haben die favoriten war eine rolle wahrgenommen im ersten game ein bisschen shaky aber im zweiten game dafür umso stärker ja der fällt jetzt auch ich glaube man kann wirklich nichts mehr machen nur mit djana live 30 sekunden sechuan es reicht sicherlich nicht das müsste das 2 zu 0 sein für tdd tabellführer einmal aus der ersten woche raus gratulation 2 0 für tdd gewinnen das erste best of free ganz stark gespielt wirklich wunderschöne games of 4 ab